Am Donnerstagmorgen war es für die Familie Frahm endlich soweit. Sie konnten von Filterstadt in Richtung Norderney mit ihrem Traktor starten. Eigentlich wollten die beiden am Mittwoch losfahren. Das Wetter machte den beiden ab einen Strich durch die Rechnung. Renate Frahm musste noch vor dem Start die Sitze vom Wasser freimachen. Um 9 Uhr konnte es dann endlich losgehen und Karl-Heinz Frahm startete endlich den Traktor. Während der Fahrt ging leider der Regen wieder los, aber beide waren gut geschützt. In einem ausführlichen Bericht werden wir nach dem Urlaub über die Reise der Familie Frahm berichten.